Ich finde das genial, wir haben in dem 20. Jahrhundert alle Rituale, die wir schon früher hatten, im Schamanismus oder in den indigenen Kulturen, neu erfunden. Wirklich, alle. Und es sind dieselben Rituale, die wir damals schon in den indigenen Kulturen hatten. Und dann kommen welche und sagen, hey, du brauchst nicht immer einen Therapeuten, du brauchst einen Lehrer. Oder du brauchst einen Ältesten. Jemanden, der dir das erklärt, wie das geht. Die Tradition weitergeben und Rituale weitergeben. Und Rituale sind immer Kommunikationsmethoden. Also alle indigenen Völker hatten Kommunikationsmethoden. Ritualisierte Kommunikation. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir die Dinge, die wir schon haben, dass wir die nehmen und mit denen tun. Also dass wir die Kreiskultur, von der wir schon wissen, dass wir das alte wissen und das neue wissen, dass wir uns da zusammentun, das auch bündeln und dann in Zukunft so miteinander umgehen, ohne dass wir vorher arge Konflikte haben müssen. Körnchen. Wichtig. Hier. Wir machen. Lasst uns. Ja. Tschüss. Schade. Bis zum nächsten Mal.